Roald Dahl hat eine ganz neue Riesensprache erfunden. Die Sprache der Riesen nennt sich Gobbelfunk. Alpenträumer, goldener Zauberzitschler, Finger sind Finger. Etwas ist nicht delikat, sondern delikatzig. Eine Rotzgurke ist dieses gigantische, widerliche Gemüse, wie eine verfaulte Gurke. Sie nennen Menschen Leberwesen. Peen, hast du angebrabbelt? Er redet die ganze Zeit von BFGs Gebrabbel, also seinem Gerede. Ich kann nicht immer keine Fehler machen. BFG. Ab 21. Juli im Kino.